und herzlich willkommen zurück bei einer kleinen runde spot 4 wir sind hier gerufen wurden zu einer geiselbefreiung okay die lags bleiben diese mittelmäßig geilen kommt ihr nach kollegen wie sieht es aus zu einer geiselrettung wie hier ist irgendein psycho der die tür ist versperrt der irgendwie geißeln hält wir bereiten uns natürlich leise auf die missionen vor und sichern schon mal unseren eingang das ist eine der gruseligsten maps hier habe ich mich als kind das ist ja schon ein bisschen älteres spiel habe ich mich als als kleiner christ quasi so eingeschissen in der karte polizei mann hände nach oben hände nach oben dieses kreis was machst du dann tasern bitte die hat keinen bock kann das sein er hat taser hier oh es war knapp würden sie bitte die hände hoch machen okay dann stürmt bitte mal den raum dankeschön während ich die damen hier festnehme ich weiß nicht hier ist gesichert soweit würde ich sagen wir rücken mal hier runter ganz kurz vor blau gibt deckung was dort jemand rauskommt wir gehen mal hier ganz kurz vor okay dann würde ich sagen rot aufstellen dass ja keiner zufällig mal irgendwann lust hat rauszukommen wir können natürlich auch wieder den okay dann kabern genau hier kommen wir ja her genau so und wir gucken noch mal hier ganz kurz die räume durch ob hier irgendwer ist der uns hallo das sind eigentlich die vier größten pfeifen des ganzen LAPDs ja das ist schön mir nach jesus servus okay aber wie es aussieht hier nichts außer ein kruzifix und ein gruseliger das ist eine frau die hier hängt ne ist man sah aus wie bruste okay ist egal ohne jetzt irgendwie blasphemie zu betreiben ne so okay wir gehen hier rein noch ganz kurz soweit so gut gesichert okay dankeschön was wer hat was gesagt jetzt ich habe keine ahnung so okay aufstellen allesamt braves mädchen ganz schöne altstoff sammlung hier muss ich sagen okay unlackt da würde ich sagen ihr würdet mal gerne spiegeln bevor hier irgendwas passiert weil ich habe keinen bock mich überraschen zu lassen von den von dem psychoter wie gesagt irgendjemanden entführt und keine ahnung sexuell missbraucht wahrscheinlich okay dann leise eindringen und sichern ja hopp 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 okay wir hören jemanden schütze oh oh okay eine person am boden und officer down okay der officer ist hat ihn gerettet der idiot was der hier am boden liegt natürlich jetzt dumm gelaufen dass wir den officer dran glauben musste aber irgendwie ist der bei uns kollateralschaden wer und ich mal ganz kurz hier die die rückendecke okay trotzdem bitte mal sichern leise genau keep it quiet ich hoffe es sei dir geht es gleich besser kollega dir geht es gleich besser wir bringen dich hier raus kein problem das habe ich auch von der sekundärwaffe die pistole ok aufstellen aufstellen wir gucken hier ganz kurz um die ecke ok wir können hier mal ganz kurz spiegeln während blau hoffentlich deckung gibt und sich weg dreht von der tür wie man sieht ok trotzdem öffnen ok keiner drin wie es scheint ok dann würde ich sagen wir spiegeln ebenfalls diesen raum ich bin ein freund von sicherer vorgehensweise wie man sieht kann es so schnell schlecht enden und da habe ich keinen bock drauf ok ebenfalls leise öffnen bitte das würde mich freuen wo sind es hier keine explosion gab bei dem schusswechsel ok leise eindringen und sichern ok leise eindringen und sichern ok leise eindringen und sichern grisly feind grausiger fund quasi und dann hat sich aber sind doch diese 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 bunten äh wie heißen die gleich mit diesem vogel waren die da vorne drauf ne und hier ist wie man sieht das opfer was man eigentlich suchen wahrscheinlich eine live übertragung und das ist unser täter wie es scheint ok haben wir jetzt gespiegelt eigentlich schon ich habe keine ahnung macht es nochmal wie gesagt habe ich mich echt eingeschissen weil hier die atmosphäre so bedrückend ist und die musik im hintergrund one suspect ok dann würde ich sagen gas jetzt schon wieder schusswechsel ok immerhin der ist tot neutralisiert wie gesagt so viel zu gruselig in der soweit beginnt unser hauptverdächtiger wie es scheint hier der färtsack es ist die kamera womit der da seine live betragung schaltet scheinwert das ist echt gut ausgestattet muss man schon sagen für so ein psycho und phantom der opa ok wir gehen weiter leg um sie ich habe keine ahnung warum die lags sind also ich nehme mit 50 fps auf also an zu schlechten laptop kannst tatsächlich mal nicht liegen bei dem spiel glaube ich polizei war fallen lassen genau die hat nicht meine aber man weiß ja nie machen wir okay ruhig bleiben sie werden gerettet natürlich war nicht so gut aber auch nicht so schlecht kann man sagen wie man will wie gesagt ich bedanke mich fürs zusehen wenn ihr mehr davon sehen wollt dann gibt es noch oben bei 30 und so weiter mache ich weiter wie gesagt im ersten video schon und ja dann bis zu sehen macht's gut und tschüss ich weiß nicht hier ist gesichert soweit würde ich sagen wir rücken mal hier runter ganz kurz vor die deckung was dort jemand rauskommt wir gehen wir hier ganz kurz vor okay da würde ich sagen rot aufstellen dass er keiner zufällig mal irgendwann lust hat rauszukommen wir könnten natürlich auch wieder den okay dann haben wir kommen hier kommen ja her genau sondern wir gucken noch mal hier gott kurz die räume durch ob hier irgendwer ist der uns hallo ich die vier größten pfeifen des ganzen lpd ja das ist schön mir nach jesus servus okay wie es aussieht ja nichts außer im kruzifix und ein gruseliger das ist eine frau die hier hängt okay der officer ist hat ihn gerettet der idiot was der hier am boden liegt natürlich jetzt dumm gelaufen deswegen officer dran glauben muss aber irgendwie ist der bei uns kollateralschaden wer und ich mal ganz kurz hier die die rückendecke okay trotzdem bitte mal sicher leise genau ich hoffe es sei dir geht es gleich besser kollega dir geht es gleich besser wir bringen dich hier raus kein problem das habe ich auch von der sekundärwaffe die pistole aufstellen aufstellen wir gucken hier ganz kurz um die ecke okay wir können hier mal ganz kurz spiegeln während blau hoffentlich deckung gibt und sich wegdreht von der tür wie man sieht es kann so aus wie brüste okay sogar ohne jetzt irgendwie die blasphemie zu betreiben so okay wir gehen hier rein noch ganz kurz so weit so gut gesichert okay dankeschön was wer hat was gesagt jetzt ich habe keine ahnung so okay aufstellen allesamt braves mädchen ganz schöne altstoff sammlung hier muss ich sagen okay unlockt da würde ich sagen ihr würdet mal gerne spiegeln bevor hier irgendwas passiert weil ich habe keinen bock mich überraschen zu lassen von denen von dem psychotab wie gesagt irgendjemanden entführt und keine ahnung sexuell missbraucht wahrscheinlich okay dann leise eindringen und sichern ja hopp 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 okay wir hören jemanden schütze okay eine person am boden und officer down okay trotzdem öffnen okay keiner drin wie es scheint okay dann würde ich sagen wir spiegeln ebenfalls diesen raum ich bin ein freund von sicherer vorgehensweise wie man sieht kann es so schnell schlecht enden und da habe ich keinen bock drauf okay ebenfalls leise öffnen bitte das würde mich freuen wo sind es hier keine explosion gab bei dem schusswechsel okay leise eindringen und sichern okay wie man sieht ist hier schon überall der äh sammelt seine eigenen zeitungsausschnitte killer in fairview grizzly feind grausiger fund quasi und dann hat sich auch sind doch diese 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 bunten äh wie heißen die gleich mit diesem vogel waren sie doch vorne drauf ne und hier ist und damit herzlich willkommen zurück bei einer kleinen runde spot 4 wir sind hier gerufen wurden zu einer geisel befreiung okay die lags bleiben diese mittelmäßig geilen ne kommt ihr nach kollegen wie sieht es aus zu einer geisel rettung wie hier ist irgendein psycho der okay die tür ist versperrt der irgendwie geißeln hält wir bereiten uns natürlich leise auf die mission vor und sichern schon mal unseren eingang das ist eine der gruseligsten maps hier habe ich mich als kind also das ist ja schon ein bisschen älteres spiel habe ich mich als als kleiner christ quasi so eingeschissen in der karte wir sind sowas polizei man hände nach oben hände nach oben hände nach oben dieses kreis was machst du dann tasern bitte geht kein bock kann das sein er tasert hier wo knapp würden sie bitte die hände hoch machen okay dann stürmt bitte mal den raum dankeschön während ich die damen hier festnehme